Zu Beginn der Planungsphase bestellt der Meister das Material online bei seinem Großhändler. Danach erstellt er das Blankett. Dieses und andere Unterlagen druckt er für die Bauakte aus. Der Geselle wird in den Auftrag eingewiesen und erhält die Bauakte. Darin steht, welche Materialien er mitnehmen muss und was beim Kunden gemacht werden soll.